1. Pirate Warriors 3 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 Weisheit des Schwertkampfs beginnt ein Beginn einer Reise Die Frage ist Ich würde halt Soll ich mit Zorro Ich spiele jetzt mal mit Zorro Ne, wir spielen mit Ruffy Nochmal Einmal nochmal mit Ruffy Und dann gucken wir mal Gegen Buggy muss man ja mit Ruffy spielen Das ist ja, Buggy hat ja die entgegengesetzte Teufelskraft Ich bin eine Diebin und keine Piratin Der Hut ist mir heilig Außer das sind alles so Zitate aus dem Chapter Also aus dem Kapitel Namiは海賊 同家のバギー一味から 海図を盗もうとして追われているところだった Namiが優れた航海術を持っていると知ったRuffyは 航海士として仲間になるよう提案 それに対して Namiは一つの条件を提示する その条件とは Namiと共にバギーの元に行くこと それを開拓したRuffyは その条件を訪れたBuggy一味が選挙する店を訪れるが その条件を訪れるが 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 海賊たちのいる酒場は で、何しに行くんだ それは言っての お楽しみよ 海賊のお兄さん え、何すんだ ブアハハハハハハ 海賊を返した上に 親分打って一味に入りてえた 面白い女だ まったく 海賊ってのは単純でやりやすいわ 予想外に簡単にお宝をいただけそう さてNami Ich bin der Mann, der Ihr die alte Eltern von Buggier-Dama zu verabschiedet. Ich bin der Ehreinbarkeit. Ich bin... 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 Geh! Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist nicht sicher, Loro-Noa-Zoro. Hast du auch noch meinen Kopf gemacht? Nein, ich habe mich nicht interessiert. Ich habe mich verletzelt, der海賊狩. Ich habe mich sehr interessiert. Wenn du dich verletzt, dann wird es langweilig. Ich habe mich nicht interessiert. Ich bin so ein Schmierer. Ich bin so ein Schmierer. Was ist das so schade? Ich bin ein Schmierer von der Kugel. Das ist das Schmierer der Schmierer. Geh, Zoro! Okay, los geht's. Bedingung für Sieg. Ähm, besiege die Buggy-Piraten. Bedingung für Niederlage. Ruffy, Zorro oder Namifil. Zieh dich zurück und behandle Zorros Verletzung. Alles klar. Dann legen wir mal los. Ähm, Kampfvorbereitung. Achso, da konnten wir hier nochmal die Münzen auswählen. Berrywachstum. Achso, das ging ja nicht. Gut, ja, wir haben Ruffy gewählt. Bin ich mal gespannt. Da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Achso, Kampfbeginn. Los geht's, Zorro. So, wie geht's? Kari-Gare, mach alles! Oh! Ja, ja, mach es! Ah, da sind schon ein paar Piraten. Legen wir mal los. Wir spielen das Ganze im Übrigen auf normal. Ich muss mich jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Ah, hier sind die ganzen dummen Schilde. Ähm, in jedem Level gibt es Zonen, die Territorium genannt werden. Diese werden entweder von Verbündeten oder von Feinden kontrolliert. Indem du Territorien eroberst, kannst du feindliche Verstärkungstruppen aufhalten und deine Verbündeten helfen. Um ein Territorium zu erobern, müssen alle Gegner darin besiegt werden und die Gegnerstärke unten auf der Karte auf Null sinken. Manchmal erscheint im Territorium ein starker Anführer, der ebenfalls besiegt werden muss. Wenn du ein Territorium eroberst, werden verbleibende Gegner geschwächt. Fägst du einen solchen Gegner von den Füßen, werden umstehende Gegner mitgetroffen. Sodass du alle auf einen Streich erledigen kannst. Zorro ist auch genervt, das ist immer so geil. Ah, hier sind Bürger, die helfen uns jetzt, scheinbar. Achso, da kam Zorro gerade wieder. Komm hier, die machen wir auch nochmal alle fertig. Das snacken wir uns nochmal schnell. Ich spiele wie gesagt auf normal. Wollte nicht auf einfach starten, sondern wollte lieber auf normal starten. So, nimm das feindliche Territorium ein. Achso, da ist ein Anführer. Deswegen geht es nicht. Territorium eingenommen. Okay, sehr gut. Oh, das war, das war schon. Ja, du bist damit? Du bist schade? Du kannst etwas auf einmal auf. Wartbar. Du kannst das hier動fieren. Du kannst hierin sein. Und da, bitte. Das ist ein Grand Line. Ich werde wieder befreie rein. Du bist in dein Wien. Du bist in der Wien. Du bist eine Wiener. Du bist. Du bist in die Wiener. Das war's für mich. Na, Leute, alles klar. Den Kapitän will ich hier, oder Kommandanten, will ich hier besiegen. Manche Territorien sind sogenannte wichtige Territorien. Wenn ein wichtiges Territorium an den Gegner fällt, kann das Game Over bedeuten. Hör auf! Die kleine Schmerzen, die sich in die Luft verletzen. Das ist das Problem, Kapitän. Das ist der Grund. Da ist ein Piratenkapitän. Komm schon, Zorro. Oh, da drüben sind auch noch mal richtig viele. Oh, alle weggebomben. So, den haben wir auch besiegt. Die haben wir auch alle weggehauen. Man muss gucken, dass man hier so ein paar Specials macht. So, Zorro können wir immer noch rufen. Der Territorium wird eingenommen. Nice. Warte mal, ging es hier nicht ran? Ah, da ist erstmal. Lecker, lecker. Schade, da geht es nicht rein. Ähm, hier lang muss ich. Komm, du Naseweiß mit deinem Scheißschild. Komm später, komm! 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 Da ist auch noch einer. Komm, Moment! Und schon befindet es sich hier im Rückzug! Ich weiß nicht, wieviele Territorien wir einnehmen sollen. Hier ist noch ein Kapitän, den machen wir auch noch mal fertig. Komm! Komm! Пuppere! Befinde sich jetzt auch im Rückzug. Wunderbar. Ist da unten noch ein Kapitän? Oder warum zeige ich das unten? Achso, weil da viele Gegner sind wahrscheinlich. Okay, dann haben wir den einen fertig gemacht. Das war vielleicht ein bisschen zu krass. Buggy hatte gar nicht so viele Piraten. Das mal so ganz nebenbei. Ach, da ist ein Basiskommandant. Oder Basen-Kommandant, heißt er? Okay. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie du es auch wissen. Hast du dich noch nicht erinnern, oder? Okay, gut. Ich werde mich sofort erinnern. Ich werde mich nicht erinnern. Ich werde mich nicht erinnern. Gehen Sie! Kommt! 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 Rufi! Lass uns hier an! Während des Kampfes kann ein Crewmitglied manchmal ein Held werden. Die Kizuna-Leiste eines Helden füllt sich schneller. Stehen Kizuna-Level und Kizuna-Leiste auf max, kannst du deine Helden-Power einsetzen. Die Helden-Power verschiedener Crewmitglieder kann unterschiedliche Effekte haben, wenn alle Verbündeten zu heilen oder allen Gegnern im Level Schaden zuzufügen. Rufi! Rufi! Kannst du dich noch nicht vorstellen? Ähm, wo ist sie denn jetzt? Da ist sie! Hör Birkalschiff! Lass uns noch nicht! 總 wassis zu'nen! Lass uns noch nicht gruppierbar zusrienden! Lass uns noch nichtào, also will ich die Helden, mit einem sogge sacrig er Social-Versekret romwich! Oh, das ist ja auch ein Problem. Es ist ja so, dass ich mich nicht mehr so ein bisschen umgekehrt habe. Okay, wir haben einen wieder besiegt. Wenn wir jetzt... Ah, warte mal, wir nehmen das hier nochmal mit. Nice, 30 Sekunden extra Stärke. Nami rückt auf die Big Top vor, alles na? Darf sie gerne machen. Schade, wie komme ich denn da rüber? Hilf Nami dabei. Achso. Komme ich hier lang? Dann ist die Big Top. Boah, krass. Da hat er mich erstmal ungedingst. Kann ich Zorro rufen? So. Mit dem Wipe machen wir sie alle wieder nass. Okay, hier sind noch welche. Hab ins Wasser, mein Lieben. Ah, da sind noch welche. Wipe. Wipe. Nochmal Wipe. So, er hat Zorro die nochmal fertig gemacht. Ich sollte Nami dabei geholfen haben, jetzt. Noch 100 Barry gekriegt. Basenkommandant. So, da oben sind Gegner erschienen. Na, dann laufen wir doch mal hin. So ein Buggy's Kraft nicht unterschätzen? Na ja, dann. Schade, dass man da nicht hoch springen kann. Bist du ja. Schon befindet er sich im Rückzug. Ging relativ fix immer. Na, komm erstmal weg hier. Zack. So, nervige Typen. So, da drüben ist noch ein Kommandant. Wir machen erstmal den Basen-Kommandant fertig. Okay, die Mission war auch erfolgreich. Jetzt machen die Dorfbewohner die alle fertig. Also hat Buggy sie vermeintlich dabei. Das ist natürlich überhaupt nicht gut.